Hallo Leute und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Fail Team Fortress 2 Ich spiele gerade Randomizer, endlich habe ich einmal einen Server gefunden Ja, ich bin ein Medic mit ganz vielen Waffen und ich heile den hier So, und cool, warum, okay, ja, ähm, wie gesagt, ich habe hier einen Revolver und irgendein Schwert, die halten das alle sehr komisch Und ich kann auch nochmal auf den draufschlagen, so, ist ziemlich, ist ziemlich, finde ich ein ziemlich, ähm, geilen Medic, muss ich sagen Ja, hat man einfach mal so, ja, wow, cool, ich habe, ähm, so, ja, jetzt habe ich, was ist ich wie eine Waffe Pommson, ja, das sieht alles sehr verbuggt aus und, ähm, ich bin heavy mit der Critical, was ist das jetzt Oh mein Gott Oh mein Gott, ich bin total nicht schnell Ah, oh mein Gott, die Cola bringt gar nichts Ich weiß doch nicht Alter Ey, ey, Moment, ha Hallo Warum ist schnelles Waffenwechsel nicht an? Okay, doch Aber vielleicht geht das mit Randomizer nicht Ah, was habe ich, okay, Moment, ich bin Soldier mit einer Schrotflinte und ein Snipergewehr, hammergeil Ähm, haha, cool, hammercool, das ist, das ist, das ist Peckmagisch Ähm, schöne Schrotflinte, so ein, ja Hahaha, oh mein Gott, das ist so verbuggt, ne, manchmal auch hier, manchmal bewegen sie sich nicht, wie der da gerade da Und so, nein, oh mein Gott hat's gerade so ein geiles Pack, scheiße Und ich hatte einen Pfeil im Ball Hier, guck, er bewegt sich gar nicht, er schießt einfach, er hat die Battlers-Basuke und hammergeil, ich bin, ähm, was ist das denn? Was ist das denn wie eine Waffe? Weiß ich nicht Weiß ich doch nicht So, da haben wir uns jemanden erstmal getroffen Und ich weiß nicht, welche Waffe das ist, ich weiß echt nicht Oh nein Oh man, das Pack war scheiße Ja, Randomizer ist ziemlich cool Scheiße, ich weiß leider nicht, wie lange ich aufgenommen hab, sag ich jetzt mal 5 Minuten schon oder so Und dann mach ich um 40 Schluss Und, ähm, ja, hier sieht man auch so schön, wie schön der Revolver hier hängt Ich weiß ja nicht, wie der schießen kann, aber Und, was braucht Wofür brauche ich hier den Sentry-Flüster, bitte Na Komm, weißt du, manche hat man so richtig sinnlose Wachen Ah, guck mal hier, eine Waffe, die ist richtig Ist richtig gut Toll, Sentry-Flüster So, da haben wir den erstmal Ja, eigentlich ist der Revolver richtig scheiße Wo ist der? Hör mal Nein! Oh, wer hat mich denn jetzt getötet? Er? Er? Nein! Mein Gott, von hinten Oh, das ist aber schade Ah, als Sniper Aber ich finde das ganz witzig, dieses Pack Weil du hast Waffen, die eigentlich irgendjemand haben kann Hier, ich möchte, der hält die auf, wunderschön Und hier auch ein bisschen hoch Äh, super, nur zwei Waffen Toll Ähm, ja Ein Gartenhacke, das ist auch immer schön Och Er lädt, hä, er lädt ihn nach Und dann schießt er Und dann So, da haben wir den getötet schon mal Ähm, finde ich auch ziemlich nice Ähm, Demoman mit Raketen, wer war der, die immer nach, neue nachlädt Auch cool So, da haben wir den schon mal weggeballert Das ist ziemlich cool Ah, fast Ähm, ein Schuss habe ich immer Es ist die Bedlars Bazooka Hammergeil Das ist die Bedlars Bazooka Äh, die hatte ich jetzt nicht Hm Ach, schade Die hat nur einen Schuss Ich darf mir mal gedrückt halten Und dann kommen wir jetzt mehrere Schüsse hintereinander Abfeuern, aber Schon wieder die Bedlars Bazooka Hammergeil Ähm Ah, cool Ähm, das finde ich ziemlich nice Mit der Bedlars Bazooka Einfach mal schön draufhauen Und dann einfach Boom, boom Ganz gute Idee Ja, hier Er rutscht auch schön auf den Boden rum Ähm Toll Ich bin Was denn das? Toll Irgendwelche Ist das nein, oder? Die explodieren ja gar nicht Das, das ist ein Minenleger Ich kann nicht Ich kann keine Waffen wechseln Alter Hallo Toll Wann Alter Alter Ja, klar Das ist witzig Ey, der Modus ist so hammergeil, Leute Der Spiel den auf Ich bin auf dem Server von Ja Wow, wow Hammergeil Das ist mal eine Waffe Oh, toll Ich hab ne Kritte Cola Die bringt mir aber leider nichts Und ich rutsche hin und her Ich rutsche hin und her Ich rutsche hin und her Hui Uhuhuhuhu Uhuhuhu Ah, komm her Was das denn? Was ist das? Ach, das Oh mein Gott. Ich weiß, welche Waffe das ist. Das ist der Sodapopper. Ah, wie geil sieht der denn aus? Voll verpackt. Juhu, ist der quetschte Waffe. Ja, meine Damen und Herren, das ist der Sodapopper. So sieht der aus. Nicht anders. Nur so. Ich möchte da gerne runter. Oh, toll. Ja, aber geil. Der Modus ist einfach so geil, weil man kann hier so Waffen ausprobieren. Mit verschiedenen Klassen. So viel verpackt sein wollen. Hier, er hat halt auch super eine Waffe. Und das ist wieder immer noch der Sodapopper. Nein, nicht. Hammer, geil. Also, so hält ich auch ein Messer. Verlängerung. Wieder. Ah. Alter. Nein. Scheiße. Wie lange denn noch Verlängerung? Verlängerung. Team Red gewinnt. Juhu. Wir haben gewonnen. Hammer, geil. Randomizer auf Nucleus. Ja, äh. Ich finde es ja immer so witzig, wie wenn es einfach mal so voll nicht zusammenpasst alles. Ha, hier, einmal den... Ah, wie heißt der nochmal? Ach, pff. Ja, so halte ich auch die Waffe. Wie sie halt denn so was sehen? Ja, das ist hier, ähm... Der, äh... Wie heißt der denn? Nochmal. Scheiße. Komm, ich... Ja, so halte ich auch meine Waffe. Das... So halte ich die immer. Pff. Ah, jetzt haltet ihr die wenigstens richtig. Ja. Bison. Alter. Nein. Woher? Oh. Boah. Also... Also wenn man wirklich Spyro hat und dann noch Flammenwerfer hat, dann ist man gut, weißt du? Perfekte Geschwindigkeit, also wenn man Waffen hat... Ah, cool. Ich hab jetzt mal wirklich keine Sa... Nein, ne? Hm. Hm. Das war mies. Das war echt mies. Ich konnte jetzt gar nichts ausprobieren. Ja, gut. Ähm, Randomizer ist hammergeil. Ähm... Was ist das? Ja, warum falle ich den Schaden? Was ist denn das für eine Scheiße? Hallo? Das liegt, glaube ich, an der Waffe hier. Ich kenn die. Ah! Ah, cool. Aha, witzig. Witzig. Juhu! Gib mir Leben! Hammergeil, die ist voll gut. Nur, dass man halt zwei Leben verliert. So, und... Boah. Krass, ey. Krass. 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 Mein Gott, die ist voll... Oh, erbaut. Oh, komm, wir machen mal. Ich weiß zwar nicht, welche Waffe das ist, aber... Oh, mehr. Oh, nein. Ja, da hab ich mich leider ver... Abgerrackt... Verreckt, verreckt und so. Ähm, auch witzig, dass die dann plötzlich Hüte aufhaben und so, wie er hier. Hatten einen anderen Hut auf. Und... So halte ich auch die Black Box. Eben hatte ich die Black Box, da konnte ich durchgucken. Da war die direkt im Sichtfeld. Toll, eine Criticola. Really? Really? Eine Criticola. Okay, das ist schon irgendwie episch. Das ist schon eben... Also, das ist... Das ist doch mal episch, oder, Leute? Ah! Ja, ist es immerhin heavy, wenn man heavy hat. Und dann noch eine geile Waffe. Dann ist man richtig stark. Heavy hat ja sonst immer eine Scheißwaffe eigentlich. Ähm... Jetzt bin ich heavy. Yeah. Toll. Habe ich keine anderen Waffen. Klang... Das sind die Handschuhe. Wow. Dominiert Ghostly! Aber geil. Ich habe mich selbst umbracht. Scheiße. Oh, nein. Oh, Team Kill ist an. Hm, nicht zu gut. Ja, du hältst die Waffe wirklich schön. Das muss man sagen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Also, das ist geil. Criticola Soda Popper. Und... Okay, der bringt jetzt nichts, aber man kann Alternativfeuer machen. und ist direkt an sparen ist auch ziemlich geil hammer geil das ist doch perfekt das pack hier hammer geil alter der soda popper ist richtig episch ich will den soda popper haben warum hatte ich kritik aber du hast halt nur zwei schuss aber dafür ist das so eine hohe schussverkennung das bisschen geht nicht mehr das ist ja richtig krass ja gut da kommen jetzt ja ach komm her hast du so gut gemacht also wirklich schön gemacht wenn man trifft so wie ich treffe ja ich habe hier 138 die schaden mit krit krass ey danke leute hammer geil zwei schuss hat die zwar nur aber die lädt ja sowas von fucking schnell nach es geht nicht mehr er guckt jetzt dann krass man jetzt habe ich wieder krit krass krass alter ist nicht wahr oder alter die waffe hole ich mir hoffentlich finde ich die bald krass nee das ist ja voll die geile waffe guckt ihr es an wie ich einen nach dem anderen weg snicker hier mit der waffe metall schießt die metall nein 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 bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht hör auf zu brennen hör auf zu rennen nee bedanke erst mal ruhig mehr leben hier aber ich kann ja auch nicht das geht nicht was bringt mir eigentlich dieses ding steht da nur so hoch krass was hat denn der bitte aber hammergeil ist oder papa leute das ist richtig geil die waffe und dann wenn man noch krit hat macht er unter acht nicht an jahr auf ihn drauf so leutet damit die runde die runde ist vorbei und ich weiß was ich werde jetzt diese aufnahme und hängt direkt eine nana ach tschüss leute